Hallo, ich bin Horino-Uchi, der Ambassador von Japan in Niederlanden. Heute ist bei einer überall in Japan die Reihensaison vorbei. Als ihr Glück habt, könnt ihr dann zu nachts zwei Besonderstellen sehen. Wir haben eine Artäre. Sie spielen die Hauptrolle in den populären Tanabata-Festival. Die Regen von Tanabata geht über zwei Verliefden. Werfstar, Origime, und Kuh-Helder, Hikogoshi. Sie sehen Hasschäden durch ein Rivier der Merkberg. Mal ein Kiel per Jahr ontmuten sie elkaar. Das ist auf 7 Juli auf der Welt Tanabata. In Japan sehen wir in den Sommer wieder Tanabata-Festival. Pläcken wurden dann mit klurrige Vorwerpen versiert. Auch bilden wir dieses Festival mit wünschen. Wir schreiben eine wünscht auf ein Hacklurz-Papier. Diese Hangen war an an Tag von Bamboo. Und dann hopen wir, dass diese Wenz auskommt. Mein Wenz dieses Jahr ist eine gute Gesundheit für iedereen. Danke schön. Danke schön.